ARD Text im Auftrag von SWISS TXT AYO SPLASH! Wir sind hier bei... Don't let the label label you! Tag 2 beim Splash. Besser gesagt, Wochenende 2. Und wir haben einen richtigen Burner am Start. Zwei Legenden bei Dill Tilly. Auf meiner rechten Seite, er braucht keine Introduction. Macht Lärm für Bong, Taggy! Auf meiner linken Seite, genauso legendären Status. Auch keine Introduction. Macht Lärm für Davy Jones! Drei Runden, Taggy fängt an. Let's go! Okay, okay, ey, endlich mal wieder Festival, oder? Splash, habt ihr ein bisschen Bock, oder was? Ja! 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 Ey, sag mal Bong, Taggy! Sag mal Dill Tilly! Dill Tilly! Sag mal's bitte, mal bitte ne Petter, du minderbemittelter rappender Penner! Spaß! Vater Ficker ist es Bong, Taggy! Der Guitar Hero Sieger! Bin kein Casino-Spieler, Kilo-Stealer und auch nicht im Spielofieber! Ich bin nur ein einfacher Mann! Alles, was ich brauch, ist ein Date mit Club Kryptonite und ein Kimo-Feature! Aber nee, ich battle Davy, den Loser! Kommt aus dem letzten Scheiß-Kook ab, aber hält sich wie Two-Bucks! Ey, sorry, bist du nicht und leider auch nicht Bruce Lee! Nee, du kommst aus Bayern und heißt Rudy! Und Rudy stepped ins Battle und wettert! Der Rapper, der vom Battle erstmal fette Bretter wegnackt! Man, ihr könnt wetten, heute hat er wieder übelst geballert! Egal wie voll ihr seid, die Nase von Rudy ist Völler! Und schon ewig willst du Pfeife mich battlen! Doch wegen deiner Scheiß-Wackness hatte ich stets kein Interesse! Ich mein, gib mir ne Bierbong und drei Flaschen Pfeffi! Dann äckst nicht dein, dein und dein Glas! Dann sind wir vielleicht auf nem Level, du Pisser! Warum kriegt Taggy immer das Mainmatch? Äh, vielleicht weil Jamie weiß, dass du schlecht rappst? Vielleicht weil Jamie weiß, dass ein Davy-Battle heißt, der zahlt die 100% Gage für 60% der Lines! Und als er dir das Fresh-Molak im Mainmatch besorgt hat, hast du dein Text nicht gekoppt, man! Und dann die Hälfte verstoppert! Mann, Dicke, Davey, du Opfer! Was du in 3-Paz nicht geschafft hast, macht dich 2040 schon mit einem J.J. Kopfscher! Aber dein Outfit ist schon ziemlich nice! Doch ich hab einfach mal den doperen Style! Ey, Jumikash, wer trägt die beste Mode zur Zeit? Wer zur Hölle ist? Kakobi im Kleid! Coupon Taggy steht für spaßige Strophen, sagenumwogene Imitationen, Bars und auch Joes! Davy Jones steht für dich, schraub dir Erwartungen hoch, nur um deine Bahn wegzukurzen und meine Part zu verchoten! Und dann häust du rum, dass keiner dich lobt? Ich frag mich bloß, machst du einen Kardiologen oder einen Sozialpädagogen? Mann, ich bin dir so mies überlegen, dass es so wirkt, als würden wir in unterschiedlichen Disziplinen dann treten! Ja, der Beat mal die Geschichte und du schreibst dann die Wörter! Dann schreib mal mit, wie meine Stimme deine Pleite verkörpert! Ich mach das hier sicherlich nicht, weil ich dich Penner respektier! Nein, ich werd an dir nur ein Exempel statuieren! Time! Ja, macht Leop Splash! Oh! Ja, sehr starke erste Runde! Davy Kickin! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Ey, yo! Splash, Faschi! Oho! Oho! Yeah! Hey, yo! Hello! Splash, band, no damn! Warum siehst du so aus so wie ein Technofan? Ey, würdest du in'n Polo plus ne Stirnband aus nem Cap holen? Würdest du original so aussehen wie so'n Pisser von nem French Open? Das Bladder auf'n Splash ist kein Tennis, ich weiß! Trotzdem ist hier dieses Match noch zwei, drei Sätze vorbei! Denn du bist, bist und bleibst peinlich immer obedience! Infaltil, dein Name sagt schon alles, dich zu barrieren wird ein Kinderspiel. Auch falls du sensibilierst, nimm deinen Kopf, trenn ihn dir ab und werfe deine Skull aus dem Schiebe nach vorm Schiebe nach. Favoriten-Status, den Sieg mach ich ganz easy klar, denn Deutschansman bräuchst du an der Schläge bis zum Niederschlag. Ah, warte, warte. Sorry, Jungs, das war noch von gestern oder sowas. Kann ich noch mal einsteigen? Yo, DJ everyone! Kati, Rewind! Heyo, hello, Splash Band, oh, damn, warum siehst du so aus, so wie ein Techno-Fan? Hey, würdest du ein Stirnband, ein Polo aus dem Camp holen, würdest du original so aussehen wie so ein Pisser von des Brandshop? Das Battle of the Splash ist kein Tennis, ich weiß. Trotzdem ist dir dieses Smash nach zwei, drei Sätzen vorbei, ha. Willst du nun bleibst? Peinlich in fein Interlin, dein Name sagt schon alles. Nicht so bad, denn es ist ein Kinderspiel. Auf eins ist ein Semillard, trenn deinen Kopf, nimm ihn dir ab und werfe deinen Skull aus dem Schiebe nach vorm 7a. Favoritenstart, ist mein, den Sieg mach ich ganz easy, klar. Für ne Sunsetball gibt es Donne bis zu Niederschlag. Manchmal kriegt das Kotzenball bei seinem Spot auf Spotify. Doch es ist nicht vor sich hin gerappt, wird das von Robin Gosling sein. Doch dir fehlt anscheinend der Drive. Nein, du passt. Alter. Ey. Yo, yo. Einfach weiter. Ey. Ey. Tut mir leid. Kennt ihr mal bitte ein riesengroßes Buh, Davy Jonson? Nein, Alter. Nein, Alter. Wir machen einfach weiter. Mach einfach weiter. Okay. Man kriegt das Kotzenball bei seinen Songs aus Spotify. Das ist nicht vor sich hin gerappt, wird das bei einem Gosling sein. Doch dir fehlt dann auch der Drive. Du hab ein bisschen. Nein, scheiß drauf. Ich brauche keinen. Yo, yo, yo. Dann machst du es für die erste Runde. Aber es gibt noch eine zweite und dritte Runde. Ja, ähm. Yo, yo, yo. Gib den MCs noch ein bisschen Energie, Leute. Davy kommt back. Jetzt geht's direkt weiter mit Bonk Teggy. Let's go. All right, 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 motherfucker. Du wolltest mich also auf den Splash battlen? Pff. Bitch ass, motherfucker. Dann kriegst du jetzt mal so einen richtigen Davy Jones Part in deine Fresse rein, okay? Oh. Let's get it poppin', y'all. Oh. So special. Ich war auf der Bühne, hab für Scheine gebattelt. Du warst auf der Straße, hast für Kleingeld gebattelt, motherfucker. Du weißt, lass ich... Ey, warte mal. Ey, was feiert's hier denn? Das waren wir von den Hammerlein und so. Warte mal, Rewrite, ey. Rewrite, das war total... Ey. Ey, ihr... Ihr müsst verstehen, dass mich das durcheinander gebracht hat, oder? Weil der Beat war auch viel zu laut und zu leise. Ich hab auch voll schlecht geschlafen, Leute. Das war... Aber egal. Komm, wir zurück zu dir. Bitch ass, motherfucker. Let's get it crackin', y'all. Oh. So special. Ich war auf der Bühne, hab für Scheine gebattelt. Du warst auf der Straße, hast für Kleingeld gebattelt. Motherfucker, dachtest du echt, beim zweiten Mal wird besser? Großer Schwanz. Ich fick deine Schwester. Barst wie Gebete. Aus deiner Seele. Und wenn du dich jetzt fragst, wer soll denn das Gestotter verstehen? Dann weißt du, wie es ist ein Battle von dir Opfer zu sehen. Und dann dein Wannabe-Scheiß-Umbi-Film. Let's get it quackin', alright? Nee, Dicker, lass mal chillen. Du klingst wie eine Parodie von einem Gangster der Bronx. Blinde fragen, warum der Allmann da die N-Bombe droppt. Davy Jones in einem Battle bedeutet, er macht einen auf Baba Erlabern. No kacke, doch echt ist dabei übertrieben. Mann, was für ein Affentheater. Ich hab was bitte, ne Double-Time-Petter. So sauber, als würde ich langsamer sprechen. Du stammelst, der Decks verwandl die Menschen. So ma so, warum ich kann besser rappen. Du dummer kleiner Hillbilly. Dein USP bei DTLi ist deine scheiß Delivery. Ich kille diesen Davy Jones, heut wirst du verlieren. Ja, was willst du mir von Delivery erzählen? Ich hab Logistik studiert. Und übrigens, auf dem Boden zu stampfen, dabei zu choken, zu stammeln, die Texte nur noch zu mummeln. Das reicht bei Weitem nicht, man reißt dich zusammen. Deine Delivery stellt Checks aus, die dein Text nicht einlösen kann. Du bist eintönig wie ein Elefant. Seinem letzten Gegner warf er ernst davor, dass der einen kleinen Penis hat. Boah, erstens wie ideenlos, Mann. Zweitens kommt's darauf beim Ficken eh nicht an. Und drittens, mein Pimmel ist n Meter lang. Also erzähl nicht, deine Verses sind doof. Du bist jetzt berühmter POC, ja, Person of Chokes, ey. Du wolltest dir einen Namen machen, doch anstatt zu klatschen, fang die Leute an zu lachen, Davy Jones, dein Name steht für jeden zweiten Part rein scheißen. Du bist wie Jesus und das Kreuz, dein Struggle, wozu deine Markenzeichen? Das Antonym einer Glanzleistung, wenn heute andere Rapper choken, ist das kulturelle Aneignung. Ey, vielleicht rappst du ja heute ganz okay, aber deine Leistungskurve sieht aus wie ein EKG, Bitch. Selbst deine besten Runden haben mehr Logiklücken als Inception, die du nur überspielst mit deinem Acting. Aber dein Rap lebt von der Energie der Crowd? Das heißt, du bist abhängig wie beim Spilomat. Ich hingegen bin das Adenosintrifosphat, das Kilojoule nach Kilojoule direkt durch deine Gliederjagd. Taggy, nenn mich das Mitochondrium der Zelle, nenn mich Nikola Tesla, nenn mich die Kernfusion der Sonne, nenn mich Photon, nenn mich exotherme Reaktion der Alchemie. Du lebst von der Energie der Crowd, ich erzeuge sie, Splat! Oh, boah! Stark! Stark! Stark, stark, stark! Yes! Okay, 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 Splash, beruhigt euch, beruhigt euch! Wir haben erst die Hälfte dieses Battles. Davy hat sich wieder gefangen. Kotti, kick it! Yeah, war nicht schlecht. So special. Man, da gibt's so einen Bauer am Track, dann sagst du, I am Sus Kanak, nehmen dir die Frauen weg. Das ist ihr brauner Deck. Ekelhaft. Man, Digga, man, dann labbelst du noch so eine Scheiße? Ah! Jetzt wollte ich eigentlich nur zeigen, dass ich mich besser kopieren kann, als er mich imitiert hat. Yeah, sorry. Brauch einen kurzen Moment, um klarzukommen, Alter. Nein, nicht klatschen, auf gar keinen Fall klatschen, spinnt ihr? Ja! So special. Thank you. Oh mein welches! Oh mein welches! Oh mein, die weiß, der Mann! Was ist jetzt? Oh mein welches! Ich mach nur einmal Lern für Davy Jones, jo! Höhö! Mach mal einmal Lern für Davy Jones! Ey, Beat, haut doch mal bitte von Anfang an rein. Splash, nächstes Mal uns nicht am dritten Tag buchen, ja? Verdammt, jetzt wird deine Fresse aus den Deltilly-Outros verbannt. Du bist das uninspirierteste Stück Scheiße, was hier ist. Du wirst beerdigt, aka weißes T-Shirt. Ich vergleiche mit seiner Mom, die schon seit Jahren nicht gefickt hat. Weil keiner von den beiden Pussys Drip hat. Bin an der Pole, keine kleinen Stripper. Bin an der Pole. So special, baby. So special, baby. Man hat manchmal einen Scheißtag. Wenn ihr wisst, dass dieser Mann trotzdem krasser Rapper ist. Weil er seit 10 Jahren battelt. Dann macht trotzdem Lärm für Davy Jones, yo! So, so, wir machen jetzt mit Tagis Runde weiter. Dann wieder Davy Jones. Wenn Davy Jones danach Bock hat, sich gesammelt hat, kann er die zweite Runde auch noch reinknallen. Dann geht's los. Tagi, los geht's los. Tagi, los geht's los. Hey, yo. Okay. Ah. Yeah. Part 3, jetzt wird dem Wichser ins Gesicht getreten. Ich fick deinen Kopf, Davy, lass uns über Sexismus reden. Lass uns darüber reden, Art zu zeigen, laut zu schreien. Wie es ist, ne Frau zu sein und was es heißt, ein Mann zu sein. Denn in seinem letzten Match steht Davy da und sagt seinem Gegner, es gibt zwei Arten von Männern und zwar Alphas und Betas. Der Alpha sei ein Macho, stumpf, laut und stark. Der Beta sei ein plennendes kleines Weichhai und krieg leider keine Frauen ab. Und dreimal dürft ihr raten, was Davy ist. Richtig, ein dummer Penner mit ner dummen Welt ansicht. Ich ficke heut dein Männerbild, du visogynes... Yo, yo, Rewind, Rewind, Rewind. Rewind! Aber der war nur, was ihr gefeiert habt, ne? Ihr kennt meinen Text. Yo! Part 3 Jetzt wird dem Dixer ins Gesicht getreten. Ich fick deinen Kopf, Davy, lass uns über Sexismus reden. Lass uns darüber reden, Angst zu zeigen, laut zu schreien. Wie es ist, ne Frau zu sein und was es heißt, ein Mann zu sein. Denn in seinem letzten Match steht Davy da und sagt seinem Gegner, es gibt zwei Arten von Männern und zwar Alphas und Betas. Der Alpha sei ein Macho, stumpf, laut und stark. Der Beta sei ein plennendes kleines Weichhai und krieg leider keine Frauen ab. Und dreimal dürft ihr raten, was Davy ist. Richtig, ein dummer Penner mit ner dummen Welt ansicht. Ich ficke heut dein Männerbild, du misogyne Missgestalt. Triff mich im Wald bei Blumenflöten, während ich deine Bitch wegknall. Ich pisse gern im Stehen, lackiere mir die Nägel, wenn ich mag. Montags mach ich Yoga, Samstag Fußballmannschaftsmännertag. Ich weine, bin sensibel, hab oft Sex und mache Battle-Rap und... D-d-d-davy hat sich vor, Verwirrung selbst verletzt. Ey, ich hab früher auch viel Mist geredet. Doch du bist jetzt 30 und bringst Engels hier am Spinnenweben. Meine Muse ist erwachsen. Deine soll die Pille nehmen, Bitch. Ich bin nicht am Gendern, wenn ich sag, ich fick dein Battle-Rapper-Innenleben. Ey, oh Leute, Schote Kuschel vor dem Sex. Wo ist da der Diss? Das klingt doch übertrieben fresh. Ey, wer hier findet Kuscheln geil? Psych, jetzt weiß ich das, ihr Muschis seid. Taggy 2.0 zerfetzt mit Worten. Ich bin nicht der heilige Franziskus, doch die Eins in diesem Battle-Orden. Du bist nur die Eins, wenn's darum geht, dich nach der schwachen Leistung aufzuregen. Und dich peinlich rauszureden. Wie oft hast du schon aufgegeben und Wut den Brand im Rücktritt gemacht? Gekränkt und voller Frust beleidigt mit dem Rücken zur Wand. Man red doch mal mehr über deine Gefühle statt deinen männlichen Mist. Dann hättest du deine Emotionen vielleicht noch besser im Griff. Ey, was gibt's heut wieder zu meckern, kleiner Davy Jones? Ich schwöre, Anna kommt zum Interview mit Babyphone. Ey, die Crowd checkt meinen Style nicht, ich war eigentlich geiler. Was holst du denn so rum, Davy? Ich dachte, du bist Alpha. Aber ey, du hast ja selbst jetzt nen Sohn. Und ja, vielleicht strotzt dieser Bengel mal vor Testosteron. Vielleicht wird er ein krasser Baller und läuft auf für die Lakers. Aber wenn du mich fragst, dein Sohn wird ein Baiter. Ey, ohne Scheiß, der wird mal ein Feminist. Einer, der Fleisch nicht gern isst. Vielleicht ein Geigensolist. Vielleicht mag er's, wenn er in Kleidern auftritt. Und vielleicht merkt sein Vater dann, dass das hier grad keine Beleidigung ist. Aber weißt du was? Ignorier diesen Stuff. Scheiß auf den Inhalt meiner Parts und produzier weiter Quatsch. Fahr deinen Film, aber Davy, dann akzeptier diesen Fakt. Du wirst mich niemals schlagen können, außer mit Sheets, du als Judge. Wir haben noch eine dritte Runde von Davy Jones. Davy, 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 Davy. Davy, Davy Jones gegen Bock, Peggy, Das Comedy gegen Crazy Flow. Splitter Horrormesser, wer gegen jetzt der SCS? Die Fah, das ist der Anfang man, jetzt gibt es Mord und Totschlag. Ich mach aus dem Theater, Jungen, das Phantom der Opa Yeah Splash, los seid ihr Baby Jones gegen Bonk, Tagging ist Comedy gegen Trailer's Row Es geht mit der Hitter, Hessacher gegen GZSZ-Talyshow Das war der Anfang, Mann, jetzt gibt es Worte und Totschlag, Mann Ich mach aus dem Theater, Jungen, das Phantom der Opa Ey, es tut mir echt leid, ich hab sowas, mach mal bitte aus Ey, ihr wisst, ihr habt schon einige Verkacker von mir gesehen Ich hab sowas noch nie in meinem Leben erlebt, was ist das? Yo, Davy Jones, Davy Jones, battled, battled Dieser Mann battled seit dem allerersten Jahr Dilltili Er hat schon so viele fucking Legendenmatches hingemacht Er hat oft verkackt, heute das absolut oberste Verkackung Aber dafür nächstes Mal richtig, richtig stark dabei wieder, oder? Nächstes Mal richtig, macht Lärm für Davy Jones, yo! Aber Gewinner dieses Battles, auch ohne Jury, können wir, glaube ich, ganz, ganz klar festhalten Macht Lärm für Bonk, Tagging! Ey, und ich will mich auch bei euch nochmal Und vor allem bei meinem Gegner, Bonk, Tagging, entschuldigen, Alter Der hat hier sich so viele Mühe gegeben Glaubt mir, ich auch Ich hab bis vor zehn Minuten alles flawless gerappt Und dann so eine Scheiße Es tut mir echt leid Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen soll, wirklich Tut mir echt leid Don't let the label label you Wir sind auf dem Blue Weekend vom Splash Und haben ein Battle gesehen zwischen Davy Jones und Bong Tagging Ich kill jetzt diesen Elefanten, der hier im Raum steht, einmal direkt gleich Ich hab auch gar keinen Bock, so ein riesengroßes Ding draus zu machen Deswegen keine konkrete Frage, sondern magst du einfach so was sagen? Hast du Bock, irgendwie was dazu zu erzählen? Oder wollen wir einfach, wollen wir es so gut es geht wegignorieren? Was ist dir lieber? Ja, also, ich muss mich dann auch nochmal für die Leute, die das Battle auf Vimeo, Pay Per View und YouTube sehen, entschuldigen Es ist gut, dass Bong Tagging so abgerissen hat, dann war wenigstens einer von den zwei im Battle, während der andere nicht da war Ja, und ich kann nur sagen, dass ich nicht weiß, was los war Wenn ich jetzt wissen würde, was los war, dann wäre es mir ja nicht passiert im Prinzip Und deswegen kann ich da nicht so allzu viel dazu sagen, außer dass es mir halt leid tut Es ist natürlich ein bisschen bitter, auch so allein als Fan, wenn man weiß, wie du ablieferst, wenn du battelst, wenn du ablieferst Und wenn man weiß, wie du auf Beat rappst, so und man sich dann diese Kombi erwartet, natürlich Ich hab auch von anderen Leuten mitbekommen, dass du schon krass geübt hast die letzten Tage, dass du immer voll konzentriert warst am Zeltplatz so Also das heißt, du hast es in den letzten Tagen eigentlich immer wahrscheinlich hinbekommen, kann ich mir vorstellen Ja, ja klar Ich sag dir, das war einfach ein Blackout Diese Momente gibt es Es gibt anscheinend irgendeinen Kack in meinem Unterbewusstsein, was gerade in mir herumrumort Was auf jeden Fall meine aktive Aufmerksamkeit braucht Weil sonst passiert ja so ein Scheiß nicht Und deswegen muss ich jetzt erstmal da ein bisschen aufräumen bei mir, weißt du Und dann wird es auch wieder weitergehen Was ich aber noch sagen kann, zumindest zu meinen Fans, also zu den Davy-Fans Dass ich die über alles liebe, das sind die treuesten, loyalsten Leute, die man sich vorstellen kann, wirklich Ich hatte heute einer mit meiner schlimmsten Tage in meines Lebens Und so wie die mich aufgefangen haben nach dem Battle, war das gleichzeitig einer der schönsten Momente meines Lebens Also vielen, vielen Dank an meine Davy-Fans und sorry an die Battle-Rap-Community Checken wir auch nochmal, wer wirklich hinter einem steht Du hast ja danach auch Freestyle-mäßig nochmal gezeigt, was du wirklich drauf hast Das haben die Leute auf jeden Fall angenommen, das war cool Taggy, wie war es, ist jetzt vielleicht ein bisschen eine komische Frage, aber wie war es für dich Damit umzugehen, dass du quasi nichts entgegengeworfen bekommst Aber trotzdem rausschießen musst, willst, wie auch immer Ja, es war natürlich ein bisschen schade Aber ich hatte jetzt, keine Ahnung, keine Schadenfreude oder so Ich fand es jetzt nicht geil, dass er verkackt Ich meine, zum einen hat es relativ gut reingespielt in die Themen, die ich angesprochen habe teilweise Aber ich bin mehr Fan von dem Sport als von einem irgendwie krassen Bodyback Deshalb, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, wenn es irgendwie so krass energetisch gewesen wäre Da habe ich auch ein bisschen für geschrieben, dass es irgendwie so Ich habe nicht versucht, irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Comedy-Show zu machen Sondern habe versucht, irgendwie so die Energie zu matchen, die Davy normalerweise in einem On-Beat-Battle hat Und da hatte ich mich drauf gefreut Aber hey, sowas passiert und das kann wirklich niemand nachvollziehen, der noch nicht in so einer Situation war Du kannst es dir nicht erklären Ich war auch schon einmal in der Situation, du hast ein Blackout im Kopf Und du weißt auf einmal nichts mehr und du checkst es selber nicht Das sind einfach nicht mal die Verbindungen im Gehirn, sind nicht mehr da Deshalb ist es hier nicht der Ort für Hate oder irgendwie für Ich mache ihm keinen krassen Vorwurf, dass ich sage, er hat sich zu wenig vorbereitet Ich glaube dir, dass du dich vorbereitet hast Und ja, sowas muss man halt irgendwie Punkt hintersetzen und dann weitermachen Mich würde, weil du gerade Vorbereitung sagst, tatsächlich interessieren, wie du dich vorbereitet hast Du bist ja auch bekannt dafür, Tracks rauszubringen und auf Beat zu schreiben Sorry, das war ein kleiner Wirklich? Nein, weil du halt immer dafür gefrontet bist für die Tracks, die du draußen hast I'm sorry, okay, dieser Front kam nicht an Aber du hast ja Erfahrung im Track schreiben Und hast aber bis jetzt hauptsächlich oder nur a cappella gebattelt Wie ist da für dich der Prozess abgelaufen, quasi keinen Track zu schreiben, der ja nochmal ein anderes Konzept hat Sondern wirklich dich auf dem On-Beat-Battle vorzubereiten Ich würde es gar nicht mit Tracks schreiben vergleichen Ich würde es eher mit Battle-Runden schreiben, a cappella-Runden schreiben vergleichen Und da ist halt der Unterschied, dass du noch so zwei weitere Elemente hast Das ist einmal der Beat halt irgendwie, dass du flowst Und dass du die Crowd-Reaction halt mit eintimen musst Anders als wo du sagen kannst, ja gut, dann warte ich halt einfach, bis die ruhig sind, dann mache ich die nächste Line Musst du jetzt irgendwie mit eintimen, dass du halt einen Satzengel später anfängst oder so Oder dass du am Anfang von einem Vierzeiler eher langweilige Sachen erzählst, die nicht so Aufbau machst Weil du weißt, okay, vielleicht hören die nicht zu Weil die noch feiern wegen der letzten Line Aber an sich, ich finde einfach, also mir persönlich macht es gerade einfach mega viel Spaß Weil du eben diese neue Dimension hast Dieses so, dass du, du kannst Leute, es muss nicht eine Punchline sein Es muss nicht eine krasse Punchline sein, du kannst auch eine Energie aufbauen Und das ist dann quasi so das Ding Und das macht auf dem Beat einfach mehr Spaß als der cappella gerade Hat man mehr Spielraum wahrscheinlich auch mit der Dynamik zu spielen, kann ich mir vorstellen? Ja, schon ein Stück weit Also du kannst halt, also Weiß ich nicht Einfach mehr Aufbau, irgendwie man hat mehr Raum für Aufbau vielleicht Weil der Beat es ja unterstützt irgendwie auch eine Atmosphäre zu kreieren, oder? Sehe ich das falsch? Genau, also gerade bei dem zweiten Beat beispielsweise, den er gepickt hat So gab es halt so eine, ne, da baut der Beat schon Spannung auf Und das greifst du halt auf, so und das ist halt ein geiles Element, was du da reinnehmen kannst Ähm, Taggy ist ja auch bekannt für seine Imitationen Ähm, wie fandest du seine Imitationen von dir? Also ist das sowas, wo man sich dann irgendwie offended fühlt? Oder kann man das auch feiern und genießen? Weil es ja schon, also als Außenstehende natürlich immer irgendwie entertainend ist Wenn Taggy Leute nachmacht, wie ging's dir da? Oder warst du wahrscheinlich zu sehr auch im Kopf bei deinen Sachen? Ich wollte gerade sagen, ich bin ehrlich Ich hab das gar nicht so richtig realisiert, weil ich die ganze Zeit war Ähm, das war ja in der zweiten oder dritten Runde, in der zweiten Runde, glaube ich Und da war ich dann so schon voll im Kopffilm, so wow, fuck und sowas, weißt du? Ja, war nice, ich finde, er hat das gut aufgebaut für ein Onbeat-Battle Dass er trotzdem so ein paar A Cappella-Segmente würde ich mal nehmen In Sachen Aufbau und sowas benutzt hat Das fand ich nice, stabil und ja, ist auf einem guten Weg Zu dem, wo man sagt, es wird ihm ja nur Hate entgegengebracht wegen Tracks und Onbeat-Sachen Aber jetzt ist er ja auf einem sehr guten Weg Ähm, magst du vielleicht nochmal kurz erzählen Vor allem, wenn du die Parts nicht ganz bringen konntest Was hätten wir erwarten können? Also hast du auch so mit A Cappella-Elementen gespielt? Hast du irgendwie, oder hast du einfach straight auf Beat rappen wollen? Was wäre der Plan gewesen? Ich wäre tatsächlich auch auf seine Tracks angegangen Da habe ich es einfach versucht Aber dann bin ich ja auch wieder rausgekommen Und ähm Stimmt, du hast den einen Track sogar angesprochen Ja, ich wollte, wie gesagt, Katastrophe, wenn ich jetzt dran zurückdenke Und ähm, es wäre auch wieder sehr viel Ähm, auch in sein letztes Battle mit Chris Kotzen und sowas gegangen Und solche Sachen Also ich hätte auch schon so ein paar gute Sachen angesprochen Aber ähm, ja, wie gesagt Ist jetzt echt madig gelaufen Und ja Aber gut to know, dass ihr auch wirklich Sachen Ähm, oder dass du Sachen auch aufgreifen wolltest So zum Beispiel aus dem letzten Battle und sowas Ja auch nicht immer bei OnBeat So, dass da wirklich Referenzen gepickt werden Oder so in die Tiefe gegangen Gegangen wird Aber ja, schade, dass wir es nicht gehört haben I guess Ähm, aber wer weiß Vielleicht gibt es irgendwann nochmal die Gelegenheit Gibt dem Mann Zeit zu reflektieren, was da los war Ähm, ja, auf jeden Fall Und Das ist auch sehr wichtig Das sollte auch jeder tun Nicht gleich jetzt wieder mit einem vollen Kopf Wieder ins nächste Begräbnis reinlaufen Sondern erst mal chillen Klarkommen Auf sich konzentrieren So Das kam in letzter Zeit zu kurz Und deswegen Dann komme ich zurück Auf jeden Fall Ja, ganz ehrlich Mega wichtig Was du gerade gesagt hast Ähm, kann ich nur so unterschreiben Tegi, wie ist bei dir? Ähm, du bist eine Battle-Rap-Maschine Du bist irgendwie ständig am Start Machst viele Viele Battles Ob A Cappella Oder heute OnBeat Gibt's Kannst du irgendwie sagen Was dir da mehr Bock macht Ähm, oder wo man dich in Zukunft Vielleicht eher finden wird Ähm, ja, jetzt gerade bin ich ein Also gerade feiere ich diesen OnBeat-Film einfach sehr Und würde mich freuen, wenn das irgendwie so ein bisschen größer werden würde Weil ich habe das Gefühl, es ist gerade so ein bisschen wie bei der 2-on-2-Szene So, damals so Da hast du irgendwie so, keine Ahnung So, sieben 2-on-2-Teams gehabt So, dann hast du dich einmal so durchgenudelt komplett So, und dann war es irgendwie vorbei Ich würde mir so wünschen, dass die OnBeat-Szene sich auch quasi so entwickelt Wie die, wie die A Cappella-Szene Weil ich, keine Ahnung, ich finde es irgendwie geil Also, ich glaube, dass, ähm Ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn da irgendwie der Kreis größer wird Und ich würde da gerne jetzt gerade so Sachen machen Das ist eine Ansage Ich bin sehr gespannt Ähm, ich bin auch gespannt Wann es, äh, wann es so Title-Matches in Richtung OnBeat geben wird Es wird sicher noch sehr spannend Jetzt erst mal genießen wir das Splash und sind raus Vielen Dank für dieses Battle Don't let the label label you Davy Jones, Bonk Taggy Bis bald Bis bald